Hallo, willkommen bei Schießsport Boinger. Ich bin David. Und ich bin Lisa. Wir möchten heute ein paar Fragen zum Feinwerkbau 700 beantworten. Peter aus Hamburg schrieb uns, ist dieses Gewehr wirklich so gut? Natürlich kommt es immer darauf an, wie man selber mit einem Gewehr klarkommt. Trotzdem ist das Feinwerkbau 700 ein Spitzengewehr, das im internationalen Wettbewerb hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Durch seine vielfachen Einstellmöglichkeiten bietet es jedem Schützen ein Optimum an Anpassung. Und der Verkaufspreis bei Schießsport Boinger macht es noch viel interessanter. Richtig. Und das positive Kundenfeedback spricht Bände. Arno schrieb uns, hervorragendes Gewehr, das bei uns im Verein immer beliebter wird. Sehr präzise, viele Einstellmöglichkeiten, ein guter Kauf. Empfehlenswert. Markus meint dazu, bin seit Jahren überzeugte Feinwerkbauschütze, da kommt mir auch kein anderes Gewehr ins Haus. Einstellmöglichkeiten, Präzision, alles allererste Sahne. Hab im Verein schon viele andere Gewehreprobe geschossen, kein Vergleich. Hallo, ich habe das LG nun eine Woche und bin sehr zufrieden damit, die Verstellmöglichkeiten sind mehr als ausreichend, und im Gegensatz zu den meisten Modellen mit Aluschaft benötige ich keine Visierlinienerhöhung. Die Verarbeitung ist wie von Feinwerkbau gewohnt auf sehr hohem Niveau und gibt keinen Anlass zur Kritik. Dann möchte ich es nicht versäumen, mich beim gesamten Boinger-Team zu bedanken, das einem immer kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht, so wie sehr schnell und zuverlässig liefert. Ja, Schießsport Boinger macht es möglich. Besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.schießsport-boinger.de Wir beraten Sie gerne per E-Mail, am Telefon oder persönlich in unserem Ladenlokal. Besuchen Sie uns. Man sieht sich bei Schießsport Boinger.